Okay, willkommen zurück bei Call of Duty 2. Ja, wieviel ist es jetzt? Zwei. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich immer eine Map oder einmal bis zum nächsten Conti sozusagen spiele. Genau, bis dahin jetzt. Und da habe ich leider das Problem, dass ich wirklich zwei Ladebildschirme habe. Aber ich glaube, das macht euch nicht viel aus, weil ich euch die ganze Zeit voll habe. Was öfters mal passieren kann. Juhu. Da ist keiner. Wo muss ich hin? Wo muss ich... Ah, hier. Okay. Äh... Boah, wieso kann ich nicht abschießen? Ups. Keine gute Idee. Ja, das Gewehr habe ich ja langsam zu schätzen gelernt. Mal gucken, ob es mich nicht in den Stich lässt. Komm, 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 komm. Okay. Zunächst eine Flanke. Scheinbar heißt es hier einfach nur verteidigen. Und hier kommt scheinbar nichts mehr. Was eigentlich auch gut ist. Das war wiederum schlecht. Oh. Und ich sollte etwas schießen können. Ja, ich spiele lieber mit einem halbautomatischen Gewehr. Deshalb ich schieße auch lieber mit Einzelschuss. was ich glaube jetzt gerade zum Verhängnis sein wird. Oder zum Verhängnis. Uah. Oder mangelnde Zielbarkeit. Eins von den beiden würden jetzt zum Verhängnis. Garantiert. Das kann natürlich auch die Granaten sein. Oder die Wow. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wahrscheinlich meine mangelnde Kompetenz. Ja, das ist natürlich auch eine Taktik. Einfach hier stehen bleiben und alle abschießen in den Kram kommen. Und weiter geht's. 200 Schuss habe ich noch. Das geht ja einigermaßen. Ah, so seh ich nichts. Ah, wieso sterben alle neben mir? Ah, und wieso muss ich auf die Seite auf die Seite. Touch this, Jerry. Oh, geil. Oh, und. Das ist doch geil. Oh, nein. Das wird mir zu viel. Das wird mir zu viel. Nachladen. Und abschießen. Nein, 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 nein. Böse. Nehmt meine. Gesünder. Für euch alle. Boah, verdammt. Ja, das ist wirklich das Problem. Die mangelnde Madazin-Größe. Okay, ab geht die Post. Lauf. Okay, wie kann man sprinten? Ja, so auf jeden Fall nicht. So auch nicht. Auch nicht. Doppelwege geht auch nicht. Oh, cool. Oh, lass mich mal vorbei. Verdammt. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Mir geht's gar nicht gut. Keine gute Idee. Ich bin tot. Oh, cool. Zuglaufen. Aber ich würde gerne hier irgendwo noch Munition aufnehmen. Was auf gar keinen Fall schlecht wäre. Ich merke, dass ich mit meiner nicht zurechtkomme. Und ein Sniper ist mir gerade nicht sehr viel. Oder was ist das? Das ist so eine halbautomatische One-Shot-Frasse. Nee, das reicht nicht. Kampf wechseln und Kennen. Kennen. Und Scheiße. Runter an das Maschinengewehr. Und weg hier. Und an das Maschinengewehr. Und Sperrfeuer. Sperrfeuer. Press B To assault your binoculars and direct the artillery Okay Four gates B Should I do it? Oh Yes Yeah, super See Oh Scheiße Wieso kann ich? Ja Ah Press F Oh 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 Super Oh Oh Das war natürlich jetzt schlecht Da ist mein letzter Panzer Nein Nein Wo ist mein letzter Panzer? North North Da Ah Dahin Aber Wie soll ich den Scheiße Scheiße Ich sehe nichts Die besten Voraussetzungen Zum Schießen Die 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 Was ist das denn? Ähm... Das muss ausgerechnet... Ja, den hat er nicht. Gut. Jetzt muss ich aber bis die aus. Komm, 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 komm! Ich hab keine Lust, dass die weiter auf uns schießen. Wow! Was machst du hier? Ja. Thema. Thema. Scheinbar haben wir gewonnen. Ich weiß jetzt zwar nicht wieso, aber... Das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis... Ja, bis gleich. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja.